So, hallo liebe Essen-Enseschauer. Also heute sind wir beim Göller in Zeil und schauen wir mal, wie da das Essen ist. Wir kennen ja Göller, das ist ja gut, da kann man immer gut essen, günstig essen und fränkisch essen. Aber wir haben jetzt schon zwei Jahre fast nichts mehr da gewesen, durch Pandemie und was Gott was alles. Und ja, heute probieren wir es mal aus. So, jetzt haben wir gerade unser Bier gekriegt, unser Göller-Bier und ich sag euch, das wundet voll wirklich. Also, Prost, Köll, Prost, Gmeh. Also, die Renate freut sich schon, sie hat nämlich einen Lendenbraten. Mit Kräuterwarmsauce und Spätzle und Salat. Ja, den Salat haben wir angeguckt, so, und den Lendenbraten. So, also ich hab mir einen Schäufel bestellt mit Biersoce und Sauerkraut. Ich bin immer gespannt, wie das schmeckt, ne. Da, bin ich immer echt gespannt. Noch ein Schnitzel für die Christine. Sieht's gut aus, Christine? Ja. Schmeckt's denn, oder? Gut, schmeckt's. Und Christine, schmeckt das Schnitzel auch? Ja. Und wie schmeckt's dir, Sandra? Ich kämpf da mit dem Ding da, mit dem, mit dem Knochen da. So, liebe SWN-Freunde, also das Essen hier von Götter in Sahil hat gut geschmeckt, und man kann das wirklich noch weiterempfehlen. Und wir machen jetzt mal weiter rauf, Richtung Käppeler hoch, und schauen uns mal die Innenstadt weg an. Leider konnten wir die Gaste von vorne jetzt gerade fotografieren, weil wir dürfen nur im Garten hinten rein, und die Pfanne ist gesperrt. Also gut, Mama weiterentfühlen. Also gut, Mama weiterentfühlen. Schmitzel, Schmitzel. Schmitzel, Schmitzel, Schmitzel. Wee! Und zack, dies!